so herzlich willkommen zurück zu mario 3d world wir haben besuch unsere nachtbarin ist dabei mit dem kleinen tod und julian spielt diesmal luigi ich bin mario hallo so ja bis hier oben noch den pilz holen damit wir ein paar items haben vielleicht fürs level na gut im plan guck mal was wir da rauskriegen also haben wir jetzt einen endboss vor uns das nur einen kleinen miniboss ja sind wir gierig ja okay das ist cool damit kannst du hochlaufen und ja stimmt mit der katze konnte zu schlagen ja okay genauso wie mit der feuerblume schießen welche taste war das die y hier irgendwie sehen die buchstaben so grillig ausfindig auf den tasten links dann los ja los geht's op op welt 4 aus dem weg kaum bewandt dann lasst uns mal kumpeln und tschüss ein eben toll gehst du wohl ja das war wieder gekonnt wir sind so gut war das schon ja ich sag du doch mini-boss ach war mini-boss ja hab ich doch gesagt wir haben unsere fähigkeiten verloren ja guter anfang wie hat der das denn gemacht ich habe einen damit und wieder eine neue welt oder zwei welche wollt ihr haben links oder rechts entscheidt du als gast wir nehmen die grüne da ok ab zu den kleinen mini-viechern das sieht auch wieder so aus wie so ein todsdingster-boomster-adventure-level abenteuer in den trampolin bergen nein warum drückst du b drückst du sofort a und a das war der plan dahinter gut oh nein hm ich guck mir mal hier um ok nix da wie seid ihr auf den baum gekleidert oink wow besser nicht dampfen hier auf den diga toll hast du schön gemacht ich frage nur wozu die dinger warnten nein wieso kann man da vorne am anfang rumspringen nach links und rechts wenn da nichts ist ja um die leute zu verwirren damit sie runterfallen ich treffe gar nicht achso ja gut du bist ja auch gut runtergefallen irgendwie wünschen wir hoch und ab in den baum du kannst jetzt die wand in die leute hochklettern also hoch rennen haha oh tschuldigung ähm ja ich glaub wir kommen dann mal hoch oh das ist ja unfair hier mit den münchen da haben wir verkackelt ja aber richtig hast du wohl auf zu babbeln? haha ich will einfach mal hinterher vom baum zu baum und weiter geht's ich fall hier runter weil wir so weit auseinander sind warte doch mal ach ach ich hab die boink 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 ist hier nichts mehr doch nicht toll und wieder unten was hast du denn auch da unten da oben lass dich gut anlaufen wuuuuh ich rutsche clansch alles kaputt oh da hol ihn dir ok ok danke haha und das ohne das so gesprung Ding nimm's einfach mal mit oder auch nicht du hast es kaputt gestampft nimmst du dich denn gar nicht uaaah ja wieder? ja was machst du denn? die hat mich runtergeschmissen unglaublich oh ich hab wieder ein du bist auch die einzige die bis jetzt deine fähigkeit behalten hat du kannst hier hochklettern warte Julia da gehts hoch hier gehts hoch hier gehts hoch hier gehts hoch einiges oh münchen warte mal hier hoch hier links wo diese komischen dinge oh feuerblumen meins ach da hinten ah alle gesammelt na fast na fast und drauf ja und weiter aber da muss es doch was geben ich ratsche steh mal wieder runtergekratzt nein das wird doch gebabbelt das war gerade echt gut aus spring doch mal ich kann mich aber noch gar nicht babbeln nein oh toll spring doch mal genau nochmal oh nicht gut genug du schaffst dann sowieso nicht mit deinem kleinen mini springen sie kriegt den ey bleibst du wohl da oben? geh hoch geh hoch oh mein gott ach so da mann ja jetzt erstmal links und rechts auf dem ding ja 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 guck mal nein toll dahinter ob das heute noch was wird ja das geht ja ok nein wieder leben ja ja geht doch so alle wieder runter ja mehr geträgt als alles andere aber ja hallo fast wieder runterkommen oh ach ja es geht schon hüpf hüpf ja oder auch nicht hm gehen wir mal rein da das schaffe ich noch nicht Julian macht die mich alle kaputt doch ach so die lösen alle kaputt ja reiner hui ach so das rennt in die andere richtung weiter ach so das rennt in die andere richtung weiter oh da ist der stempel wie kommen wir denn da ran ja okay so ich habe ihn ich habe ihn ich habe ihn ich habe ihn sehr gut und schnell weg hier oh 25 sekunden ab brander red 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 bin nur drangehüpf hihihi 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 20 sekunden übrig ja nur gar nicht so schlecht naja hihihi ein weiterer stempel ein pilzstempel wuhuuu es fehlt glaube ich bis jetzt nur ein einziger stempel aus welt 1 oder es fehlt ähhhhhhhhhhh ein stempel das fehlen ein paar sterne glaube ich aber das kann man alles noch nachholen ja ok rechts weiter oder links ja nimm links das level mit wäre sonst doof ja ja das ist halt nur die frage was du zuerst ach so gut machen wir links das level links den level starten und dann tanz in der Wolken desco nein ich drücke immer die falsche taste los gehts jetzt wird getanzt ding ding um ah toll das hat mich umgebracht das ist das macht das level automatisch das ist oh viel spaß oh nein ja ding 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 komm ja ja das macht er glaube ich dreimal oder so du hörst den piep 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 ja ich hab ja auch gemerkt hey münchen das kompliziert 3 komm komm du hörst du nicht zu steuern na toll alle 3 tot warum machst du sowas die hat mir gebraucht das problem ist ähm ich konnte nicht diesen so weit springen das geht nicht wenn du mehrere hast komischerweise ich hab meinen gerade auch verloren oder so ne ok was ist das hier ah Münzen vorsicht der bummerang tut weh was das ist das ist das ist unglaublich bam aber ich mag diesen sound irgendwie ja voll cyber dum 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 komm hör doch nicht mal alles vor so weit vor ok ich glaub wir lassen die dann einfach die 10.000 luigi's warte ja nicht hochheben weg da kannst du dich ruhig tragen 1 2 3 4 alles klar dann geht mal weg da nicht hochheben die stehen grad so schön in einer reihe jetzt gleich nicht mehr nochmal neu so du 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 bist in den würfel rein komm äh da ist noch einen die brauch ich aber nicht ich hab auch so viel oh ach das ist mir um den stempel ja aber die eine kirche könnten wir vielleicht trotzdem noch holen aber die hole ich jetzt nicht die kann einer von euch holen ähm ach so das meinst du warte ja ich weiß nicht ob wir fünf obwohl wir sind ja zu fünft also äh selbst wenn da jetzt irgendetwas kommt nein toll wow das war aber knapp ach komm wir machen irgendwas falsch ja irgendwie schon minimal ach das wird jetzt gleich lustig mit der rutsche da vorne ich sehe nichts ach da oben bin ich oh zeit das ist gut weiter ab rein hat er eine andere luigi auch mitgenommen ja leu ich komme mal eine zeit gleich da raus mhm ah eine Münze verpasst raus ich will die ganze zeit irgendwie oben rechts drauf rennen von dem game gestern ja echt bin auch völlig verwirrt oh nein warum machst du das wow Mist hätte ja klappen können ja wow da ist ein luigi runtergefallen um 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 wow mir egal zwei luigi's leben noch ah auch okay einer lebt noch ich habe ihn und rein zurück das wollte ich nicht ja ja sagt man dann ja voll umgebracht das ist die strafe für die blase ja bringt ran das ist das problem wenn man babbelt sobald ein anderer mitspieler berührt kommt man halt raus und stürzt dann meistens leider in den Tod ach neuer stempel jay okay okay du hast fast geschafft ja sie hatte auch die krone glaube ich zum schluss oder ich weiß es nicht ja irgendwie hatte ich mal ein kröntchen auf ich bin auch nicht der meister im jump and run ich auch nicht wenn man wie geguckt hat weiß das passiert ob so ab zum super tollen rätselhaus ich habe keine ahnung wenn ich das letzte mal mario gespielt habe raserei im rätselhaus also so also mario der letzte richtig super mario 3 lange teil den ich gespielt habe nicht mehr auf der gamecube weil ich glaube auf der wii das mario galaxy habe ich auch nicht wirklich gemacht ich auch nicht aber halt den letzte wirklich lange war halt ähm ja du bist schön dass wir nur noch fünf sekunden haben nein okay das war's das ist voll vorbeigesprochen ja das war ja richtig ganz voll oh wie schande ja kannst du die sterne behalten die du eingesammelt hast 0 wenn wir einen schon gehabt hätten versuche auch die übrigen sterne zu ergattern ja hm okay nochmal okay und gas und zack und zack und zack und zack und zack und zack einen haben wir von zehn so schlecht geht das haha ah ah falsche richtung und und das wäre gut gewesen ja okay Kinder macht das nicht zu hause nach ja also wenn ihr seht irgendwo hängen sterne lasst euch nicht von Weizen überfahren ich muss sagen holt sie lieber nicht von der Wand oh ist das schwierig nein das ist schwierig ah vor allem wenn man auf einmal hochkommen wird Entschuldigung 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 und dann fallen sie doch noch runter ja toll jetzt darf ich den scheiß nicht alleine machen rennen 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 spring einfach und so weit ah einfach mal über den Stern drüber gesprungen warum trinkst du mich in den Abgrund Warum machst du das? Nein Oh Mann ey schmeiß mich doch nicht in den Abgrund Das wird einfach schwieriger ja klar oh Gott oh Gott Jo okay Luigi ist manchmal noch ganz gut zumindest beim Weitspringen oh nein 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 na doch das geht passt nicht der war doch gar nicht so schwer alle 10 Sterne ja so gut gemacht na komm du hast wenigstens 1 oder 2 gesammelt ja glaube ich auch ja okie dokie weiter gehts oh cool 10 Sterne dazu ja das war ein gutes Spielchen ohne Luigi Fahne weil der die ja und 5 leben weil ihr beide ganz tot gewesen gewesen seid irgendwie sowas hm fuck wir haben es halt drauf ja aber so richtig hm guck mal ach ich ich mach nichts ihr könnt hier eh nicht lenken ja das stimmt oh nein so ein Walzenlevel die verlorene Stadt in den Spike bergeln oh das lässt sich schon so wir sprechen dann hallo geh mal runter da warum trägst du mich denn schon wieder oh der Sound hört immer auf wenn man getroffen wird der Sound ist dann verwirrt au was da ist eine Katzenlocke nein meine da sind noch welche drin ähm steht in dem sogar sagen dem ersten Pilz jetzt ja toll jetzt kommt es gar nicht hoch du musst dich babbeln irgendwie Ämpel genau das ist sowieso meine Lieblingsbeschäftigung da geht es auch weiter ne ja die Röhre ist glaube ich einfach nur Bonus dann hole ich euch ey schlepp uns mit nicht wieder ausmachen tschuldigung ich hatte Angst vor dem Walzen ja gut job ups daneben gesetzt ge weg da meine Röhre man kann sich hier so schön im Spiel behindern das ist herrlich nein meine Katze ja oh wir haben keine Katze mehr das ist schlecht die braucht man hier nämlich Hilfe 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 schock mich ich will jetzt mal den Goomba töten das ist aber kein Goomba das ist ein Galumba oder so den kannst du hier nicht töten mehr dreht sich bloß auf so ein Fake Goomba naja hallo Walze tschö Walze ja super ok du darfst in die Fahne springen wenn du möchtest oder auch nicht warte kommst du nicht klein wieder ich glaub schon ne kommst du nicht na gut oh nein oh zack ach meine Krone toll das war ja toll jetzt ja supergut bleib einfach in der Blas ey komm da raus ja ähm select gib mir den Pilz hier warum das geht doch ganz einfach weil ich springe in die Wand einfach sich treffen zu lassen oh sammel die roten Münzen dann kann ich die doch mal verdammt ah verliere ja nicht das Kätzchen so jetzt habt ihr Ruhe ja ich will meine Krone wieder haben dankeschön ich krabbel mal hier hoch ne äh ich glaub dafür wird Kätzchen benötigt oder kann ich da nein kann ich nicht chill was ist da geh weiter dann siehst du ah ich hab was runtergefallen er soll es halt nicht zu weit rennen da unten stehen zwei schattige gestalten ja ja genau frag mich ja ich bin eine Pferdekampse ups gegen die Plattform ich ganz so vorteilhaft heute schon wollte ich auch selber holen ne ich hab gar nichts gedrückt ach ich fliege aber rum wow wuh weg hier haha das ist ja der Horror hier yay stop aber warte nein das war schlecht dankeschön du hast mich auch mal in die Fahne gestupst das war gut aber wir sind zu langsam ey 96 Sekunden nur noch übrig so und damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen mal gucken wie es weiter geht ne und wie viel Level noch kommen ich weiß gar nicht wie lange dieses Spiel geht es geht noch ein bisschen kleiner Spoileralarm aber ich denke mal das ist in Ordnung ach 200 Folgen oder sowas ja genau dann danke fürs einschalten bis zur nächsten Folge bis demnächst bis demnächst bis demnächst bis demnächst diese Folge nichts gibt es bis demnächst Vielen Dank.